Vier hast du auch schon, ne? Vier, die heißt, das ist die Kapitänin, LUD, ich buchste wieder, dann geht das nicht mal schneller hin. LUD, jetzt muss ich L-O-E. Als wir gerade in der Kadernachtsmachter im Staatsan Tokyo sind, da sind es kaputt für das. Außer wir haben heute noch Läden und Herr Kölzer zum Beispiel mit Röder betrieb das wichtigste Spiel. Als wir gerade an den проходen der Pass uste und nachrichtet haben, der hier sehr gut ist, also die Strecke, der hier ist nicht frei gestellt, dass sie jetzt auch schon sagt, aber sie haben heute drüber gemacht und es sich sofort über den Schneiderlager das Sretsch für WM-Lerchen zu werden und die bleibt dann schreckt. Danke für eure Anmerksamkeit und diese erste Information. Zum Teil kann man auch ein Geschenk- und E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S-E-S. Na, und mal deinen Schuss mit uns. ...10 Minuten. Hier ist endlich Abschluss zum Viertel-Bahn. Sie können durch die Schwest- und in die Gering-Gewicht-Schnerwecke in den MCA vorstellen. Ausdruck aus dem Winokurtz! Das war's. Sie ist auf der Seite meiner Hoffnung und auf der Seite der Realität.